Hallöchen und herzlich willkommen in deinem Lieblings-Podcast Endlich Leicht, Gesundheit und Ernährung leicht gemacht. Ich bin Fabienne, dein Host hier in diesem Podcast, Wissenschaftsjournalistin mit Schwerpunkt Gesundheit und Ernährung und ich habe heute ein richtig tolles Thema für dich mitgebracht. Du lernst in dieser Folge nämlich deinen Körper nochmal auf einer ganz anderen Ebene kennen. Wir lernen, dass Symptome wie Haarausfall, Hautprobleme, Magen-Darm-Beschwerden, Energielosigkeit und so weiter etwas mit unserem Säuro-Baser-Haushalt zu tun haben können und du lernst auch, wie du den wieder mit deiner eigenen Kraft sozusagen wieder in den Griff kriegen kannst und auch vielleicht in Balance kriegen kannst. Und das alles bespreche ich natürlich nicht alleine mit dir, sondern ich habe einen richtig coolen Gast hier im Studio, eine ganz, ganz, ganz besondere Person und ich sage euch jetzt schon mal, wir werden eine Überraschung haben, die wir auch lüften werden in dieser Folge mit euch und ja, ich kann es kaum erwarten. Ich würde sagen, wir warten nicht länger darauf, wenn du bereit bist, dein Körper heute nochmal einen Ticken besser kennenzulernen und einfach voller Inspiration dann mit dieser Podcast-Folge in die Woche zu starten. Dann lass uns nicht länger warten, sondern wir fangen direkt an. Heute lernen wir unseren Körper noch besser kennen. Vielleicht kennst du das ja auch. Man hat Symptome wie Stimmungsschwankungen, Haarausfall, Schlafstörungen, Magen-Darm-Beschwerden, Hautprobleme, Haarausfall. Das gehört da alles dazu und Auslöser hinter diesen Symptomen kann tatsächlich eine Dysbalance im Säure-Base-Haushalt sein. Das ist ein sehr komplexes Thema, aber auch ein sehr, sehr, sehr spannendes Thema und ich freue mich riesig, dass ich dieses Thema heute mit einem ganz besonderen Gast besprechen darf. Also ich muss euch sagen, die Vorfreude, die ist jetzt schon sehr, sehr groß in mir. Und zwar diese Top-Expertin. Sie ist Bestseller-Autorin, ganzheitlicher Gesundheits- und Ernährungscoach, Speakerin und Brustkrebsaktivistin. Sie hat nämlich selbst eine super bewegende, aber auch total inspirierende Geschichte und ich freue mich einfach, sie heute in dem Podcast mit dir gemeinsam besser kennenzulernen, ihre Geschichte zu hören und auch ganz viel wieder einmal über unseren Körper lernen zu dürfen. Karo, herzlich willkommen im Endlich-Leicht-Podcast. Es ist richtig schön, dass du da bist. Hallo, liebe Fabienne. Ich freue mich auch voll, jetzt endlich mal mit dir hier zu sitzen und dass wir mal in Ruhe quatschen können und ich hoffentlich, ja, auch allen, die zuhören, ein paar neue, schöne Impulse geben darf. Ja, richtig gut. Ich sage euch, ich kannte Karo vorher über Instagram. Ich habe dich auf Instagram verfolgt und habe mir gedacht, oh, was eine Strahle aus. Mein Gott, was eine sympathische Frau und sie sitzt jetzt hier und sie ist einfach in Natur. Sie ist noch coole. Also ich weiß nicht, ob das überhaupt wirklich funnend ist. Aber es ist aber schön, wir hören, weil die anderen auch schon so meinten, so von wegen, boah, du lachst ja wirklich so viel, du bist ja wirklich so. Ja, ich. Ja, ich lache gerne und viel. Das tut gut. Ist so. Ja, es gibt auch einfach fröhliche Menschen. Schön, dass diese fröhlichen Menschen den Weg in den Podcast finden. Ist ja auch wichtig. Hallo, das Leben ist schön und dann soll man auch mal ein bisschen Freude am Leben haben, oder? Ja, das stimmt. Voll. Karo, es ist einfach, es ist jetzt richtig schön, dass wir auch ein bisschen Zeit jetzt zusammen hier haben. Und ja, ich dachte mir, ein schöner Einstieg ist es einfach, dich kennenzulernen. Ich habe ja auch schon gesagt, was du alles auf deiner Agenda hast hier. Bestseller, Autorin, ganzheitlicher Gesundheitscoach. Wie kam es dazu? Wie bist du die Karo geworden, die du heute bist, die jetzt hier vor mir sitzt? Ja, lange Geschichte. We got time. Wenn ich darüber nachdenke, denke ich mir auch mal, ich fühle mich wie so eine Granny mit dem, was ich jetzt irgendwie alles schon in den letzten Jahren machen durfte. Beziehungsweise, okay, warte, vielleicht keine Granny, vielleicht eher so, also eigentlich, ich bin mit 30, aber eigentlich bin ich irgendwie schon 50, weil ich alleine, ich bin ja schon in den Wechseljahren. Also, wenn man da irgendwie schon mal nachdenkt, ist es irgendwie, ja, irgendwie die ganzen letzten Jahre war schon eine Menge. Ich durfte sehr viel über das Leben lernen, sehr viel über mich lernen und ja, habe dann eben mein Leben ja aufgrund meiner Brustkrebsdiagnose sehr stark geändert. Und gerade diese Brustkrebsdiagnose führt mich zum Beispiel auch dazu, dass ich jetzt auch schon in den Wechseljahren bin. Und all das sind eben Punkte, die dazu geführt haben, dass ich mich ja ganz intensiv mit mir und meinem Körper und mit der Gesundheit, mit Ernährung auseinandersetzen musste. Und mich ja auch so ein bisschen zu dem Menschen gemacht haben, der ich heute bin. Aber das war natürlich kein leichter Weg. Also, es ist jetzt nicht so, dass man mal sagt, okay, ich habe mit Ende 20 eine Krebsdiagnose, habe das mal schnell durchgezogen und habe danach mein Leben geändert. Nein, war für mich eben natürlich ein riesengroßer Schock. Vor allem, wenn man dann eben auch an einem Punkt ist, wo man realisiert, hey, eigentlich bin ich gerade 29, beziehungsweise bin ich, hatte meine erste Chemo, bin frisch 30 geworden. Und dann denkst du dir, wie, du bist jetzt gerade 30 geworden und es kann sein, dass du gar nicht mehr 31 wirst. Und wenn du das erstmal realisierst, dass irgendwie halt stopp, also mit 30 kann das Leben schon zu Ende sein, dann macht das was mit einem. Und das hat mich natürlich eben auch sehr stark beeinflusst. Also, es war wirklich, irgendwann war ich an so einem Punkt, wo ich auch mir wirklich psychologische Hilfe suchen musste, um mit dieser Situation klarzukommen. Und ja, am Ende bin ich jetzt eben wirklich Gott sei Dank wieder gesund, bin gut aus der Geschichte, was heißt aus der Geschichte, aus der ganzen Diagnose. Also, ich habe eine ordentliche Wucht hinter mir, also wirklich von Chemotherapie, Bestrahlung, Antihormontherapie, die mich in die Wechseljahre setzt, allem drum und dran. Und da kam der Körper natürlich wahnsinnig an seine Grenzen. Und das war eben der Punkt, ja, der mich eigentlich zu dem Weg geführt hat, den ich heute eingeschlagen habe zum Thema Gesundheit und Ernährung. Weil ich eben merkte, okay, ich bin jetzt hier an einem Punkt, wo mein Körper gerade gar nicht mehr kann. Die Chemotherapie hat wirklich einiges von meinem Körper abgefordert. Es blieb nichts mehr in Essen drin. Also, es, also, ob nun Essen, Trinken, es blieb nichts mehr drin. Also, ich konnte ja gar keine Nährstoffe mehr aufnehmen, nichts. Ich hatte gar keine Energie mehr. Also, es ging nichts. Und da wusste ich eben, okay, also jetzt irgendwie nur darauf zu vertrauen, was die Ärzte vielleicht irgendwie für Erfahrungswerte haben, was die so sagen, nee, also ich möchte jetzt mal selbst meinen Körper hören und schauen, was kann ich jetzt eigentlich aktiv unternehmen? Wie kann ich meinen Körper eigentlich bei seiner Arbeit unterstützen? Und wenn man sich mit dem ganzen Thema auseinandersetzt, dann ist man erst mal so, wow, krass, was der Körper eigentlich alles vor allem macht. Warum komme ich jetzt erst mit 30 Jahren auf die Idee, ihn vielleicht mal bei seiner Arbeit zu unterstützen? So, alle 30 Jahre lang habe ich gedacht, nee, der macht immer schon schön, der macht, der macht, der macht. Und erst durch diese Krebsdiagnose habe ich dann erst mal gecheckt, so, ja, okay, der war einfach, also, der konnte irgendwann nicht mehr. Also, irgendwann kann der all dieses ganze Zeugs gar nicht mehr kompensieren. Und man muss auch echt mal gucken, wie man mit dem Körper aktiv zusammenarbeitet, ein bisschen freundschaftlich mit dem ist und dem mal was Gutes tut. Und ja, jetzt habe ich doch schon wieder ganz viel erzählt. Ich sage ja, also, ja, da steckt sehr, sehr viel hinter, aber so begann eben mein Weg, dass ich eben zu dem Thema Gesundheit und Ernährung überhaupt gekommen bin. Voll mitreißend. Also, das ist einfach eine unfassbar krasse Geschichte, muss ich wirklich sagen. Es ist auch jetzt für mich das erste Mal, dass ich die so höre von dir. Deswegen, also, vielen Dank, dass du das so mit uns teilst und da so ehrlich bist. Wow, also, ich werde ja dieses Jahr 30, also, ich habe auch im ganzen Körper, Gänsehaut, muss ich ganz ehrlich sagen, erst mal ganz, ganz, ganz großen Respekt an dich. Ich glaube, dass du für so viele ein Riesenvorbild bist, dass man das überhaupt so meistern kann. Also, ich habe selbst bei mir in der Familie auch Krebsgeschichten. Und ich weiß, was das von einem abverlangt. Und das ist einfach, also, Hut ab. Und jetzt muss ich schauen, dass ich direkt den Faden bin. Also, ich bin einfach gerade. Ja, es ist für mich manchmal auch selbst immer noch so, wenn ich dann so davon erzähle, weil das ist ja jetzt eben für mich eben, okay, ich bin jetzt, jetzt bin ich 36. Also, es ist doch schon ein paar Jährchen her. Und, ja, wenn man es dann doch wieder ausspricht, merkt man so, ja, also, man verdrängt ja auch ein Stück weit. Also, man denkt ja, ach, so schlimm war das gar nicht. Doch, war es. Das war eine richtig scheiß Zeit. Also, das war, ja, also, und klar, es ist schon eine Wucht. Ja, krass. Und, ja. Und jetzt hast du ja gesagt, du hast dann im Prinzip für dich entschieden, okay, ich möchte schauen, was kann ich noch irgendwie tun? Genau. Kann ich irgendwie meinen Körper, also, du hast dich ja mit diesem Zustand nicht zufrieden gegeben, würde ich jetzt mal sagen, oder wie war das? Es war ein Kontrollverlust. Also, ich war eben immer, ich war so eine kleine Arbeitsbiene und ich war immer total ehrgeizig und wollte immer alles perfekt machen. Und, ja, war da voll hinterher und liebte es, Kontrolle zu haben. Und auf einmal hatte ich Kontrolle über gar nichts mehr. Keine Kontrolle mehr über meinem Körper, nichts. Also, es war ein kompletter Kontrollverlust und ich wusste überhaupt gar nicht mehr, wer bin ich, was mache ich? Und ich war komplett verzweifelt. Und für mich war es dann aber eben dieser Punkt, wo ich wusste, okay, also, gerade Magen-Darm-Thema war ja mein größtes Thema. Ja, dann muss ich wohl was mit der Ernährung tun. Und das ganze Thema Ernährung gab mir dann so ein Stück weit Halt, gab mir wieder Kontrolle zurück und zeigte mir, ah, ich kann jetzt wieder irgendwie alles selbst in die Hand nehmen. Das heißt alles, aber ich kann ein Stück weit was selbst in die Hand nehmen. Ich kann selbst aktiv werden. Ich kann selbst was machen. Ich muss jetzt nicht nur zu Hause sitzen und darauf warten, dass irgendwie vielleicht ein Arzt anruft und wieder eine gute Idee hat, was wir jetzt vielleicht in dem Fall irgendwie machen können. Oder darauf warten können, dass ich irgendwie, wenn ich bei Google was eingebe, mir da irgendwie ein toller Ratschlag kommt. By the way, bitte keine Symptome googeln. Macht absolut keinen Sinn. Macht nur eins. Danach fühlt man sich nur noch schlechter. Also generell überhaupt Krankheiten zu googeln, dann kommt man erst mal auf die Idee, was man alles haben könnte und hinterfragt, ah ja, vielleicht habe ich das auch, vielleicht habe ich das auch. Also ganz, ganz falsch. Wirklich einfach mal sich selbst hineinspüren und gucken, was braucht eigentlich der Körper. Und das habe ich eben in der Zeit gelernt. Und dafür bin ich wirklich dankbar, dass ich eben, ja, dann mit 30 doch nochmal meinen Körper neu kennenlernen durfte und lernen durfte, wie ich richtig auf ihn hören kann und schauen kann, okay, was will er mir vielleicht irgendwie gerade sagen. Also ich sage auch gerne, Symptome sind nicht deine Feinde, sondern es sind freundliche kleine Boten, die mal kurz anklopfen und dir sagen, hey, vielleicht solltest du mal ein bisschen besser wieder auf dich aufpassen. Also vielleicht ist da gerade was, wo du, ja, vielleicht ein bisschen optimieren könntest und wieder ein bisschen lieber zu dir selbst sein könntest. Und deswegen ist es dann viel wie der Frage der Perspektive und oftmals, klar, bei mir läuft auch nicht alles perfekt. Und oftmals habe ich dann wieder so Sachen, wo ich merke so, ah okay, der Körper meldet sich wieder, ja, hat ja recht. Und das ist aber irgendwie schön, wenn man dieses Gefühl wiederentdeckt und wiederbekommt. Und das möchte ich eben, dass das wirklich ganz viele Menschen wiederbekommen, weil ich glaube, sehr viele Menschen, denen geht es ähnlich wie mir damals, die einfach dieses Gefühl zu dem Körper gar nicht mehr hatten. Also gerade in dieser schnelllebigen Gesellschaft, man kommt ja gar nicht hinterher. Und da hat man ja gar keine Zeit, mal kurz auf seinen Körper zu hören. Das stimmt. Ja, das stimmt. Meine Freundin hat, mit der habe ich tatsächlich jetzt auch darüber gesprochen und sie hat auch gemeint, Fabien, stell dir doch alle zwei Stunden einfach mal einen Wecker, damit du einfach mal kurz innehältst und kurz in dich reinfühlst. So, was geht da gerade ab? Also das, wie du schon sagst, also der Alltag ist ja so vollgepackt. Ja, keine Zeit. War bei mir auch, die Krebsdiagnose, das erste so von wegen, ja nee, was heißt das denn jetzt? Werd ich jetzt krank geschrieben? Habe ich doch keine Zeit für. Wo ich mir bis heute denke, das waren wirklich deine Gedanken. Also ich traue mich es gar nicht auszusprechen, aber es war so. Es war wirklich ernsthaft, meine ersten Gedanken waren nicht, ich muss sterben oder irgendwas, sondern, hä, wie, nee, dann werde ich krank geschrieben? Ich bin gerade in der Probezeit, ich habe keine Zeit für sowas. Und das ist doch furchtbar. Wie können das meine ersten Gedanken gewesen sein? Ja, das stimmt. Aber umso wichtiger und umso schöner ist, dass dann auch wirklich ein Learning daraus kam. Also ich möchte es auch einfach nochmal wiederholen, weil ich finde, das ist so ein starker Satz. Symptome sind nicht meine Feinde, sie sind im Prinzip kleine freundliche Botschaften, die mir sagen, hey, hör doch nochmal genauer hin. Da ist gerade was los. Das ist unfassbar schön. Was eine schöne Erkenntnis. Oder? Ja, total. Also ich glaube, ich hoffe, dass es euch da draußen auch so inspiriert wie mich. Also wie schön. Ja, und auch einfach diese Erkenntnis, dass wir nicht den Umständen ausgeliefert sind, sondern wir haben einiges auch selbst in der Hand. Und Ernährung ist ein ganz großer Hebel. Also was war denn hinsichtlich der Ernährung so Step für Step so deine Erkenntnisse? Also was hast du ernährungstechnisch für dich erkannt, wo du gesagt hast, okay, das ist eine Stellschraube, die möchte ich für mich jetzt mitnutzen? Das war natürlich auch ein großer Weg. Also viele denken eben immer, ich habe dann so gemacht und dann habe ich mich auf einmal perfekt ernährt. Nein. Eine Wunderpille vielleicht, genau. Ja. Und man kriegt natürlich eben auch diese ganzen Ratschläge, wenn du mit der Krebstherapie anfängst, wo dann kommt, du musst dich unbedingt ketogen ernähren. Du musst fasten. Du musst dich vegan ernähren. Du musst dies. Also immer dieses, du musst das. Du musst das. Und meine Tante und da, also bei meinem Onkel war das sowieso. Und man ist dann so überladen und probiert so viel aus. Und ich habe am Anfang viel ausprobiert und habe dann aber gemerkt, nee, das ist also auch gar nicht so das Richtige, das ist gar nicht so richtig meins. Und habe dann wirklich wieder dieses Thema, hör auf deinen Körper, spür mal rein, was braucht er eigentlich wirklich? Und am besten Fall zeigt er dir dann auch wirklich schon sowas, was er braucht. Wo ich zum Beispiel so eine Anekdote, wo ich bis heute dann auch wieder weiß, okay, jetzt weiß ich warum. Weil ich hatte einen totalen Jibber nach jeder Chemotherapie auf Laugenbrezeln. Da hat mir dann immer gesagt, das kann doch nicht sein, warum Laugenbrezeln? Also so Weizen, das ist doch das Schlimmste, was du bei deiner Darmflora eigentlich danach kannst machen. Und heute weiß ich aber, nee, 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 nee. Also mein Körper, der wollte ja gar nicht dieses ganze Weizengedöns, sondern das Salz da oben drauf. Natrium. Damit, weil der Körper ja eben von dem Ganzen, was eben rauskam, der brauchte wieder ein bisschen Natrium, um funktionieren zu können. Damit eben der ganze Säurebasenhaushalt ganz gut funktionieren kann. Da sind wir nämlich auch schon wieder beim Thema Säurebasenhaushalt. Genau. Da bin ich eben am Ende eben zu hingekommen, weil ich eben wirklich geguckt habe, wie kann ich den Körper aktiv unterstützen. Und da bin ich auf das Thema dann Säurebasenhaushalt gestoßen und habe dann eben gemerkt, so ha, ja, so basische Ernährung, das könnte was sein. Habe mich, habe dann auch wirklich sehr viele Fortbildungen in dem Bereich gemacht, bin da jetzt auch genau in dem Bereich spezialisiert, weil ich das so spannend finde. Und auch da kann man wieder viel lernen, also weil Säurebasenhaushalt wird schnell mal mit Basenfasten gleichgesetzt. Und eine basische Ernährung, klar, also man kann sich zu 100 Prozent basisch ernähren. Das ist dann Basenfasten. Das möchte ich aber zum Beispiel gar nicht. Also für mich ist es eben immer, ich möchte nichts kurzfristiges. Nach dem, was ich jetzt alles erleben durfte, ich möchte langfristig gesund sein. Langfristig gesund bleiben und eben bis ins hohe Alter, wo ich sagen kann, ich bin fit. Und deswegen ist es für mich eben die langfristige basische Ernährung geworden, beziehungsweise, um es genauer, also korrekter auszudrücken, eine basenüberschüssige Ernährung. Interessant. Weil gerade in der basischen Ernährung oder in dem Säurebasenhaushalt geht es ja darum, wie schaffe ich es, den Körper wieder in Einklang zu bringen. Also wie schaffe ich es, dass die Säure und Basen im Gleichgewicht sind? Denn wenn Säure und Basen im Gleichgewicht sind, können eben die Organe ordentlich arbeiten, aber auch die Zellen, das Gewebe. Also alles, was im Körper, also was wir brauchen, damit das ordentlich funktionieren kann, also da muss man erstmal beim Säurebasenhaushalt ansetzen. Und das waren so total spannende Erkenntnisse für mich, so aller, ja wie funktionieren eigentlich die verschiedenen Organe? Also wie kann ich meine Zellen aktiv unterstützen? Wie kann ich dafür sorgen, dass die eben, wenn ich denen was Gutes gebe, habe ich irgendwie jetzt auch die Tage wieder erzählt, wenn ich so ein Brokkoli, also mein Lieblingsgemüse ist Brokkoli. Ich habe es schon gehört, da wollte ich auch noch nachfragen. Also ich stelle mir vor, wenn ich mein Brokkoli esse, wie denn wirklich die ganzen coolen, guten Zellen in meinem Körper sich denken, geil, wieder Brokkoli, juhu, Party. Wir können hier feiern und wir können gegen diese ganzen doofen, bösen, freien Radikale, gegen die Krebszellen ankämpfen. Und ja, also wir haben irgendwie gutes Futter bekommen. Und ja, also da habe ich mir wirklich viel vorgestellt, was eben das mit dem Körper macht, wenn ich bestimmte Lebensmittel zu mir nehme. Und wie ich denn wirklich meine guten Zellen unterstützen kann, gegen diese bösen Zellen einzukämpfen. Und das hat mir persönlich total gut geholfen. Voll krass. Also ich muss auch sagen, ich habe das auch schon gehört, auch bei mir im Familienbereich, dass man da richtig viel mit machen kann. Und tatsächlich habe ich da auch rausgehört, dass es vor allem Himbeeren sind und Bären. Kannst du dazu was sagen? Oder ist das ein Mythos? Es gibt so ein Buch, das heißt eben Himbeeren mögen keine Krebszellen. Ja, genau. Oder Krebszellen mögen keine Himbeeren. Jetzt bin ich selber gerade verstanden. Also es kommt aber das Gleiche hinaus. Und ja, klar, wegen den Antioxidantien, die eben gegen die freien Radikale arbeiten und dementsprechend auch gegen die Krebszellen gut gegen ankämpfen. Also deswegen ist ja alles, was eben reich an Antioxidantien ist, wieder das Thema Obst und Gemüse. Deswegen gerade Obst und Gemüse sind ja richtig super basische Lebensmittel. Die helfen uns, den Körper dabei so ein bisschen zu unterstützen. Eben gegen diese ganzen äußeren Faktoren, die ja so auf uns einwirken, gegen anzukämpfen. Total krass. Kannst du, also gibt es denn so Symptome oder Anzeichen, die uns zeigen, dass der Säurebasehaushalt nicht in Balance ist? Gibt es da irgendwie was, wo man so sagen kann, ah ja, okay, dann sollte ich mir gleich den Säurebasehaushalt mal anschauen? Ja, alles, was auch so ein bisschen wieder mit den Organen zu tun hat, also gerade eben Darmflora. Also wenn man da eben merkt, so okay, ich habe Durchfall, ich habe vielleicht auch Verstopfung, Sodbrennen. Generell, also dieses Gefühl für den Magen-Darm-Trakt, da macht schon mal viel was aus. Also weil gerade der Darm ist ja auch wieder wichtig für die Nährstoffaufnahme. Und wenn da schon so eine Disbalance herrscht, ist eben blöd. Und wenn ein Organ eben schon nicht in seiner Balance ist, ja, dann ist der ganze Säurebasenhaushalt, der kann ja nicht funktionieren. Und oftmals fängt es dann eben wirklich schon bei der Darmflora an, dass man da eben mal ein bisschen in sich hineinhört. Weil das Problem ist ja, hatte ich früher auch, wo ich dachte, wenn ich bestimmte Lebensmittel esse, dann ist es ja normal, dass ich einen Blähbauch habe. Dann ist es ja vielleicht normal, dass ich Sodbrennen habe. Ist es nicht. Das ist eigentlich kein normales Gefühl. Jetzt durfte ich erst mal kennenlernen. Ah nein, das geht ja komplett ohne. Und das sind eben schon allein da, kann man schon mal gucken, okay, signalisiert mir da der Körper was. Aber es sind viele andere Sachen auch, also überhaupt auch Haut. Also Haut spiegelt da auch viel, weil die Haut ist ja ein Entgiftungsorgan. Wenn ich zu viele Säuren im Körper habe, entgiftet der Körper. Und natürlich kann sich das dann eben anhand von Hautunreinheiten zeigen. Also dass man da auch mal gucken kann. Dann sind es eben auch, um eben dieses Ganze mit den Säuren und Basen zu kompensieren, braucht der Körper ja Nährstoffe. Und dann kann es natürlich sein, dass dem Körper Nährstoffe fehlen, was dann zum Beispiel auch wieder Migräne begünstigen kann. Und auf einmal habe ich Kopfschmerzen. Wenn bestimmte Nährstoffe fehlen, fühle ich mich total energielos, ausgelaubt und habe irgendwie, ja, also kann mich nicht konzentrieren. Und es gibt so viele Sachen, also eigentlich so gut wie alle Symptome des Körpers hängen damit irgendwie zusammen. Man muss eben nur nachher gucken, wo liegt eigentlich die Ursache. Also man kann nicht pauschal sagen, okay, an dem und dem Organ liegt dann vielleicht die Ursache. Also da muss man ein bisschen tiefer reingucken. Und genau da kann man aber eben wirklich, indem man schaut, wie man den Säurobasenhaushalt aktiv unterstützen kann, wahnsinnig viel machen, um sich wirklich ganzheitlich in jeglicher Hinsicht besser zu fühlen. Und also fand ich eben auch der Wahnsinn. Also als ich das eben peu a peu für mich entdeckt habe, meine Ernährung auf Basis umgestellt habe, war ich so, wow, also überhaupt auch während der Chemotherapie. Auf einmal funktioniert ja alles wieder super gut. Also auf einmal, also das ist super gut. Also ich habe immer noch eine Chemotherapie gemacht und ich war natürlich eben immer noch nicht die fitteste. Aber ich merkte, wie der Körper sich so ein bisschen peu a peu mehr regeneriert hat. Auch das noch während der Therapie. Und ich doch wieder mehr Energie hatte. Meine Blutwerte wurden besser. Also ich musste keine Chemo mehr aussetzen, weil die Blutwerte so schlecht waren. Und auch mit den ganzen Nebenwirkungen hält sich das ganz gut in Grenzen. Also selbst jetzt mit den Wechseljahren merke ich eben, also wenn ich andere Frauen, die mir erzählen, was sie alles für Nebenwirkungen haben, dann denke ich mir, oh mein Gott, hast du ein Glück? Aber es ist eben doch nicht nur Glück, sondern es hängt eben auch damit zusammen, was ich aktiv für meinen Körper tue. Ja, das ist, also ich glaube, ich wiederhole mich, wenn ich sage, das ist krass, aber es ist einfach krass. Ja, aber wenn man es glaube ich hört und wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, es macht ja auch Sinn. Ja, voll, richtig, richtig spannend. Also wirklich, würdest du denn auch sagen, dass es auch äußerliche Faktoren gibt, die so eine Dysbalance begünstigen können? Ja, es gibt natürlich eben, es ist natürlich nicht nur Ernährung. Also Ernährung ist natürlich ein großer Baustein. Was esse ich eben? Klar, wenn ich mir eben keine Nährstoffe zufüge und mehr Fastfood esse, viele Konservierungsstoffe und ja, wenn da einfach nicht, also die Vielfalt an Nährstoffen drin ist, die mein Körper braucht, ist dann eben nochmal, da wären wir schon wieder bei einem ganz anderen Thema. Also ich könnte, also wir könnten hier stundenlang sitzen und erzählen, weil ich diesen Körper einfach so faszinierend finde. Er ist auch einfach. Aber es ist eben nicht nur Ernährung. Also es sind natürlich noch viele weitere äußere Faktoren. Also überhaupt, wo leben wir heute? Also gerade in der Großstadt ist natürlich eben auch das Thema Luftatmung. Also was atmen wir überhaupt ein? Also wie gesund ist diese Luft überhaupt noch? Weil unser Körper braucht natürlich auch frischen Sauerstoff. Also unsere Zellen, die lieben Sauerstoff. Sind wir auch wieder beim Thema Atmung? Sind wir die ganze Zeit gestresst? Denn atmen wir ja nicht richtig. Und wenn wir nicht richtig atmen, können wir unsere Zellen nicht richtig versorgen. Also hat auch gerade wieder Stress einen großen Einflussfaktor. Und generell ist ja auch Stress, Cortisol spiegelnd alles, hängt dann ja schon wieder auch bald schon wieder mit dem Hormonhaushalt zusammen. Also auch wieder ein großes Thema. Aber auch Stress begünstigt ja eben Säuren und fördert die Säuren im Körper und sorgt dafür, dass wir eben schneller übersäuert sind. Beziehungsweise, ich mag auch diesen Begriff übersäuert. Also ich glaube, man kann sich auch mehr darunter vorstellen, weil man statt übersäuert sagt, das ist so eine Überforderung des Körpers, mit diesen ganzen Säuren, damit überhaupt umgehen zu können. Und das können wir eben auch wieder mit Stress begünstigen wir das. Genauso wie unser Körper, eigentlich wissen wir es, trotzdem machen wir es nicht, der braucht Bewegung. Weil die ganzen Organe, die ganzen Zellen, also wenn wir die ganze Zeit nur liegen, dann können die nicht gut arbeiten. Also man sagt ja auch so ein Verdauungsspaziergang macht voll Sinn. Ja, weil wir müssen uns auch wirklich ein bisschen bewegen, weil damit unterstützen wir eben auch wieder den ganzen Organismus, den ganzen Körper. Das sind eben alles Einflussfaktoren, die da eben mit einfließen. Also das heißt, ich kann mich auch noch so gesund ernähren. Es bringt nichts, wenn ich eben auch irgendwie in meinem Inneren nicht aufräume und irgendwie voll den emotionalen Ballast habe oder eben einfach viel Stress. Also Stress ist zum Beispiel so immer noch so mein Killer, weil ich einfach liebe, was ich mache, aber nicht zu bremsen bin. Und wenn er manchmal denkt, also ich habe Gott sei Dank einen guten Freund zu Hause, der dann immer mal so, hallo, hallo, atmen, Pause. Also das ist dann immer noch ganz gut. Aber trotzdem weiß ich eben auch, auch ich mache nicht alles perfekt. Aber dieses Bewusstsein dafür, das bringt einem ja schon mal was. Und da bringt es einem ja schon mal in die richtige Richtung. Und ich glaube, da sollte man erst mal anfangen, dieses Bewusstsein für sich und seinen Körper überhaupt erst mal wieder zu bekommen. Das stimmt, ja. Ja, und ich denke auch einfach so, diesen Perfektionismusgedanken, den dürfen wir auch einfach alle ablegen. Das ist einfach unrealistisch. Aber so Stück für Stück einfach so den Wunsch zu haben und auch so die Schritte zu gehen, sich selbst besser kennenzulernen einfach. Und wir werden ja auch jeden Tag konfrontiert mit neuen Situationen, mit neuen Herausforderungen. Und dass wir da mal in den Stress kommen, das ist doch total menschlich. Aber dann einfach uns zu überlegen, okay, ich war jetzt ganz schön doll gestresst. Was kann ich vielleicht für mich daraus lernen? Wie kann ich das nächste Mal vielleicht ein bisschen anders damit umgehen? Dieser Ausgleich, es ist ja immer diese Balance, also wie eben auch die Säure-Basen-Balance. Also im Leben kommt es ja auf die Balance an. Also es kommt nicht darauf an, alles perfekt zu machen, auch nicht bei der Ernährung. Also deswegen ist es ja gerne, also das habe ich glaube ich noch gar nicht gesagt, also mit Säure-Basen ist ja immer dieses 80-20-Prinzip. Ah ja, das ist das was du sagst, ja. Also der Körper braucht ja sozusagen 80 Prozent Basen und 20 Prozent Säuren. Und deswegen macht es ja auch gar keinen Sinn, sich zu 100 Prozent basisch zu ernähren. Denn klar, bei Basenfasten macht es Sinn, um einfach mal den Körper so ein bisschen zu entlasten, die Organe, damit die sich eben mal ein bisschen regenerieren kann. Aber wenn du es wirklich dauerhaft machst, brauchst du eigentlich eher so dieses 80-20, beziehungsweise ich sage auch 70-30 ist für mich vollkommen fein, um eben da so die richtige Balance zu finden. Und dieses 70-30, 80-20 kann man ja glaube ich aufs ganze Leben übertragen, überall für sich die richtige Balance zu finden. und das eben nicht zu vergessen, dass es eben immer zwei Seiten gibt. Also dass wenn man eben, ja, irgendwie vielleicht mal nicht alles so optimal gemacht hat, dass man eben sagt, ja, aber dafür dann eben am nächsten Tag mache ich dann eben wieder was richtig Schönes für meinen Körper. Ja, schön. Finde ich richtig eine super Einstellung. Richtig gut. Ja, aber halt auch eine, die umsetzbar ist. Ja, das ist mir auch wichtig. Die einfach umsetzbar ist. Du hast ja auch am Anfang gesagt, ne, dieses, du darfst jetzt nur noch vegan essen oder du darfst jetzt kein XY mehr essen. Das finde ich so schlimm, dieses ganze Dogmatische. Und es gibt so viele Leute, die dann einem wirklich sagen, die sagen, es geht nur noch das. Und ich möchte ja auch, dass die Menschen, also das ist eben, wenn ich den Leuten über mein Konzept, über meine Ernährung erzähle, ich möchte ja zeigen, nee, du sollst ja Spaß daran haben. Es soll dir Vergnügen bereiten. Und du sollst das einfach, also für mich ist das, also für mich ist das ein Suchtfaktor, wenn ich weiß, geil, was macht das eigentlich mit dem Körper? Und es macht ja dann wirklich Spaß, wenn du erst mal peu à peu merkst, wenn du was änderst. Und deswegen nicht immer 100 Prozent alles direkt ändern, aber wenn man so kleine Stellschrauben irgendwie daran ein bisschen dreht und so Step by Step, wenn man dann merkt so, ach krass, was so diese kleine Schraube, wenn ich so ein bisschen dran drehe, was da eigentlich schon wieder passiert, das macht Spaß. Voll. Ja, und wenn man dann auch merkt, dass man plötzlich mehr Energie hat. Ja. Die Verdauung irgendwie wird die plötzlich normal. Das geht, man kann einen normalen Stuhlgang haben. Ja, so von wegen, ach, ich muss nicht immer Sodbrennen haben, ich muss nicht immer einen Blähbauch haben, das ist gar nicht normal. Okay, warum hat mir das keiner gesagt? Also Caro, du hast eine wunderschöne Haut, ich muss es jetzt einfach nochmal sagen. Ich muss die ganze Zeit hier deine Haut anschauen. Das ist einfach, sie strahlt und sie ist schön und sie ist einfach ein guter Indikator dafür, hey, wie sieht es bei mir aus? Kann ich vielleicht bei mir noch ein paar Stellschrauben schrauben? Du hast ja auch vorhin gesagt, auch mit der Ernährung, dass man immer so gedacht hat, es gibt Lebensmittel, da ist es normal, dass man einen Blähbauch hat oder dass die Verdauung entsprechend reagiert. Also da sind mir direkt Bohnen in den Sinn gekommen und Weißkohl hatte ich jetzt auch wieder am Wochenende, wo ich mit Freunden zelten war. Wir haben Weißkohleintopf gemacht, so eine kleine Tradition bei uns und ich hatte danach Bauchkrämpfe und habe mir so gedacht, also der Weißkohl, der liegt mir nicht. Aber das liegt jetzt nicht am Weißkohl an sich, sondern das liegt dann an meinem Körper. Nein, ich bin schuld. Du bist schuld. Nein, also klar, es gibt natürlich bestimmte Lebensmittel, die dann eher blähend wirken. Gerade eben auch das ganze Thema Hülsenfrüchte und so, natürlich. Das ist dann eben aber auch schon wieder ein Darfunzeichen, dass man den Körper langsam an solche Sachen gewöhnen muss. Also hatte ich jetzt auch schon häufiger, dass ich eben bei meinen Büchern, dass dieses Feedback kam, boah, also Caro, wir haben nach deinem Gericht gekocht, also haben da ein paar Rezepte gemacht und die ganze Familie hat danach voll den Blähbauch gehabt und wir mussten alle pupsen. Dann habe ich gefragt, naja, was habt ihr denn alles für Gerichte gemacht? Dann haben die eben wirklich zum Frühstück voll die krassen Ballaststoffe gehabt, zum Mittag voll die krassen Ballaststoffe und abends auch nochmal ordentlich Hülsenfrüchte mit Ballaststoffen. Und das ist es eben, dieses Thema Ballaststoffe, die überhaupt auch Verträglichkeiten so, klar, also wenn man das nicht gewohnt ist und wenn die Damenflora, die ist nämlich wirklich sehr, sehr sensibel, die muss man an sowas langsam rantasten. Und dann macht es natürlich Sinn, ja, zu gucken, wie man den Körper da unterstützen kann. Also zum einen, also gerade bei dem Kohl kann man natürlich gucken, also zum einen kauen, indem du deinen Darm schon mal ein bisschen entlastest, indem du das Ganze gut kaust, hilfst du da auch schon, damit er irgendwie damit besser zurechtkommt. Und auf der anderen Seite kannst du auch Verdauungskräuter mit dran machen, also so Fenchel, Kümmel, Anis, also es gibt ja auch diesen Verdauungsschnaps, aber es muss nicht unbedingt gleich Alkohol sein, man kann auch einfach nur die Kräuter nehmen und die darüber machen und dann mit in so einen Salat reingeben, die eben auch nochmal so ein bisschen die Verdauung unterstützen. Oder gerade eben bei Hülsenfrüchten oder Nüssen macht es zum Beispiel auch Sinn, die vorher einfach mal in Masse einzulegen, weil dann zum Beispiel auch so diese ganzen Antinährstoffe, Nährstoffe, ja, es wird davon befreit und das macht es schon mal so ein bisschen verdaulicher, also auch gerade gekeimte Produkte sind in dem Bereich dann irgendwie verdaulicher, dass man da eben so für sich seinen eigenen Weg findet, aber dass man sich da Step-by-Step ran traut und die Verdauung eben nicht sofort überlastet. Aber oftmals ist es eigentlich ein Zeichen dafür, wenn du eben schon Probleme bekommst bei den kleinen Mengen, es ist ein Zeichen dafür, dass der Körper dir eigentlich signalisieren möchte, er braucht es eigentlich erst recht und dass du ihn vielleicht mal ein bisschen mehr an vielleicht genau solche Sachen rangewöhnen würdest, weil gerade Kohlgemüse ja eigentlich super, super gesund ist und die Darmflora liebt. Aber das ist ein total spannender Ansatz, weil normalerweise wäre doch eine natürliche Reaktion, davon habe ich jetzt Bauchschmerzen bekommen, ich lasse es lieber mal. Aber jetzt zu denken, naja, vielleicht, weil der Körper es einfach null gewohnt ist und es wäre aber gut für ihn, voll gut. Also nicht einfach zu sagen, nee, war schon immer so oder war schon immer auch in der ganzen Familie so, hatte meine Mama schon, hatte mein Papa schon, nee. Also jeder Körper ist individuell und das ist eben, das ist immer irgendwie, das fühlt sich so eine blöde Ausrede. Nein, also du kannst deinen Körper da auch Step by Step rantasten und einfach mal ausprobieren und es heißt nicht gleich so, nee, vertrage ich nicht, esse ich nicht mehr, sondern wirklich mal ein bisschen hinterfragen, gucken, wie kann ich vielleicht optimieren, wie kann ich auch den Körper dabei unterstützen, dass er das vielleicht beim nächsten Mal besser verträgt. Voll krass. Also ich muss wirklich sagen, der Säure-Base-Haushalt, der tut es mir gerade so ein bisschen an. Es hört sich komplex an, aber es hört sich total spannend auch an und ich glaube, ich droppe es jetzt mal. Man könnte auch echt so, man könnte jetzt so voll irgendwie Chemie und weiß ich was, aber man kann es auch einfach erklären. Ja, und ich habe mir gedacht, ich muss es jetzt mal zwischendurch rein droppen, weil ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht, vielleicht seid ihr jetzt auch langsam so, oh okay, vielleicht sollte ich ja mal so ein bisschen, und wir wollen ja eh unsere Hörerinnen einfach ein bisschen dazu inspirieren, mal mehr auf sich und ihren Körper zu hören, mit ihm zusammenzuarbeiten. Und ich habe mir gedacht, Caro, ich kann es nicht länger für mich behalten, beziehungsweise würde ich sagen, it's the time now. Willst du kurz sagen, worauf ich anspiele? Also, ich habe die optimale Lösung. Und damit hat IntoMind auch ein bisschen was zu tun, denn IntoMind hat mich gerade die letzten Wochen und Monate sehr stark unterstützt, um es möglich zu machen, genau das, was ich hier so ein bisschen alles erzählt habe, mein Wissen, meine Erfahrung, in ein Programm zu packen. Und zwar das Energize und Shine Programm. Dein Weg zu mehr Energie und Wohlbefinden. Was jetzt eben rauskommt und wo ich die Menschen über zwölf Wochen hinweg begleiten darf und zeigen kann, wofür der Körper eigentlich so gemacht ist, wie wir unsere Zellen unterstützen können, unsere Organe unterstützen können und eben dafür sorgen, dass wir eben wirklich, ja, nicht nur von innen, sondern auch von außen raus richtig strahlen können. Und, ja, unserem Körper was Gutes tun können, ihn aktiv bei der Arbeit unterstützen können und wieder dafür sorgen, dass wir auch einfach mal genügend Energie haben für den Tag. Also, dass wir, weil ich habe eben echt auch in meiner Community und wenn ich so rumfrage, dieses Thema, ich fühle mich immer energielos, ausgelaugt. Also, ich habe gar keinen Antrieb. Ich weiß gar nicht, wie ich das alles schaffen soll, diese Überforderung. Die ist so groß und auch da kannst du eben wahnsinnig viel machen, wenn du eben guckst, wo wir eben richtig ansetzen. Und klar ist natürlich eben Ernährung ein großer Faktor und der ist auch ein wahnsinnig großer Faktor in diesem Programm. Mir war es aber auch wichtig, wirklich den Körper ganzheitlich zu betrachten und nicht nur zu sagen, ernähre dich gesund, sondern auch wirklich so die ganzen anderen Faktoren mit anzuschauen, zu gucken, was können wir aktiv für den Körper tun. Und ja, da werde ich die Menschen dann zwölf Wochen begleiten, damit sie eben wirklich auch in dieses Gefühl für den Körper bekommen. Ich freue mich jetzt, also ich bin schon so aufgeregt. Ich freue mich schon so, weil ich einfach weiß, dass ich damit wirklich, ja, also gerade, also deswegen bin ich so dankbar, das irgendwie mit euch gemacht zu haben, weil er auch nochmal so viel, ja, also dieser ganze Austausch, das war so wertvoll und hat so viel Spaß gemacht. Und ich weiß, dass wir damit sehr, sehr viele Menschen, ja, also positiv beeinflussen werden, denen helfen können. Und das ist ja das, was am Ende mein Ziel jetzt ist. Also das habe ich mir ja damals geschworen. Also wenn ich diese ganze Krebsdiagnose, wenn ich das überstehe, dann möchte ich mein Leben verändern. Aber dann soll das Ganze auch für irgendwas wenigstens gut gewesen sein. Und dann möchte ich eben auch andere Menschenleben positiv beeinflussen. Und da bin ich jetzt mit euch eben wieder ein großes Stück näher dran. Klar, ich habe jetzt schon meine Bücher, wo ich weiß, dass ich damit schon tausend von Menschen positiv beeinflussen durfte. Aber das ist jetzt nochmal ein ganz, ganz anderer Meilenstein. Und ich glaube, dass man damit wirklich nochmal viel machen kann und wirklich sehr, sehr vielen Menschen helfen kann, gesünder, fitter und mit mehr Energie durchs Leben zu gehen. Und das ist wirklich der schönste Job, den man sich wünschen kann. Also das zu machen, Menschen gesünder und fitter. Ja, voll. Leute, ich sage es euch. Ich bin so dankbar einfach, dass wir mit Caro zusammengefunden haben, weil das ist natürlich auch bei IntuMind so unser Wunsch. Wir wollen einfach Menschen helfen, ihr Leben wieder selbst in die Hand zu nehmen. Und ich kann mir einfach niemanden Besseren vorstellen als dich, Caro, die das zeigt, was möglich ist. Wenn man sich den Herausforderungen des Lebens stellt und sagt, so, aber ich mache jetzt was draus und daraus ist sowas. Also ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viel Liebe in dieses Programm geflossen ist. Sehr viel Liebe. Aber eben nicht nur allein meine Liebe. Und das muss man eben wirklich betonen, weil ihr hier wirklich so tolle Menschen habt, die einen da wirklich nochmal bei unterstützen, die dann auch nochmal rüber gucken. Weil klar, ich bin so meine eigene Bubble. Und das ist dann immer nochmal gut, wenn irgendwie so, Ja, aber Caro, wenn dann nochmal so eine Rückfrage kommt, kanntest du das vielleicht nochmal ein bisschen näher erklären? Damit es da eben wirklich, das ist mir eben auch wichtig, dass dieser ganze Säurebasenhaushalt, dass der auch verständlich rüberkommt, dass man wirklich versteht, wie unser Körper funktioniert. Und nee, es hat einfach jetzt wirklich so viel Spaß mit euch gemacht. Und es ist einfach cool, euch hier auch als Team, euch alle persönlich kennenzulernen, zu gucken, was für Menschen sind da eigentlich hinter IntuMind und Chapeau. Also ihr seid alle, also jeder einzelne Menschen, den ich jetzt jeden Tag noch nicht kennengelernt habe, so cool. Also allein schon heute Morgen, ich bin hier ins Büro gekommen und alle strahlen ein an, guten Morgen, guten Morgen. Also es ist einfach so ein cooler Vibe. Ja. Ja, da passt du halt einfach super rein. Was soll ich sagen? Also ich sage es nochmal, das Programm wird heißen Energize and Shine. Für alle, die jetzt einfach schon super neugierig geworden sind. Ich packe alle Infos, natürlich über Caro, ihre Webseite, ihr Instagram-Profil, ihre Bücher, alles in die Shownotes. Und wenn ihr über dieses Programm jetzt auch so einfach schon neugierig geworden seid, geht gerne auf www.intomind.de-caro-c-a-r-o. Und da kriegt ihr schon die ersten Infos. Bald geht's los. Und es ist eine Riesenbereicherung einfach, dass du uns da so erweitest, inspirierst und einfach dieses neue Intermind-Bibi mit uns in die Welt bringst. Also ich sage euch, dieses Säure-Base-Haushaltsthema, das ist wirklich super, super, super spannend. Und ich habe tatsächlich jetzt noch ein paar Fragen mitgebracht. Und zwar hast du vielleicht so für unsere Hörerinnen jetzt auch so ein paar Tipps, wo man sagen kann, das wären so vielleicht die ersten Steps, die man gehen kann, um seinen Säure-Base-Haushalt sich mal anzugucken oder vielleicht auch langsam so ein bisschen in den Griff zu kriegen. Wo fangen wir an? Also klar, es ist natürlich irgendwie schwierig, jetzt direkt zu sagen, hey, wo liegt die Ursache? Also es hängt ja alles wieder viel mit dem pH-Wert zusammen zu gucken. Und wie kann man jetzt genau herausfinden, wo die Disbalance oder so ist? Das ist leider eben wahnsinnig komplex. Aber das ist ja eben dieses Schöne, dass man eben überhaupt an Symptomen schon mal viel erkennen kann und dann gegenwirken kann. Und das Erste, was ich immer allen empfehle, und das ist so simpel und einfach, aber es ist trotzdem, fällt es vielen Menschen schwer, genügend Obst und Gemüse zu essen. Also dass man wirklich, wenn man mal seinen Teller vor sich sieht, nicht eben über 50 Prozent Kohlenhydrate oder Fleisch hat, sondern eben über 50 Prozent des Tellers eher Gemüse und vielleicht noch mal ein bisschen Obst ausmachen sollten. Dass man damit anfängt, weil genau das sind eben so super basische Lebensmittel, die einen so ein bisschen mehr in den Einklang bringen. Und das ist jetzt gerade eben alles was Grünes. Brokkoli? Brokkoli, ich wollte gerade sagen. Deswegen haben wir heute extra Grün angezogen. Ja, also gerade damit kann man eben schon viel tun für seinen Körper, indem man einfach mehr Obst und Gemüse isst. Denn indem wir davon mehr essen, essen wir ja automatisch so ein bisschen weniger vielleicht von den ungesunden Sachen. Ja, finde ich einen guten Tipp. Und dass man damit schon mal, deswegen muss ich aufpassen, ich darf ja jetzt noch nicht so viel verraten, ansonsten erzähle ich ja jetzt hier gleich das ganze Programm. Das stimmt, das stimmt. Ja, genau. Ja, ich denke, da dürfen wir einfach auch ein bisschen rumexperimentieren. Also ich weiß noch, als ich eine Zeit lang in Aschaffenburg gewohnt habe und da haben wir mittwochs und samstags immer einen Markt und dann hatte ich das große Glück, dass ich direkt dort an dem Platz auch gearbeitet habe. Grüße gehen raus an meine Fritz-Magazin-Freunde. War eine geile Zeit mit euch. Und ja, und da bin ich tatsächlich auch immer mittwochs auf den Markt und einfach mal zu gucken, boah, was gibt es denn da überhaupt alles? Und da habe ich wirklich auch mal neue Sachen ausprobiert. Da habe ich mich dann beraten lassen von dem Menschen, der da das Gemüse oder das Obst verkauft hat und habe gesagt, was ist das denn? Wie macht man das denn? Und dann hat er mich da beraten. Einfach mal ausprobieren. Das sollte man einfach mal mehr machen. Mal wieder ein bisschen offen für Neues sein. Mal ein bisschen auszuprobieren und nicht immer nur die gleichen Sachen zu essen. Einfach auch mal ein paar neue Obst- und Gemüsesorten ausprobieren. Ich sage euch. Die haben es in sich. Ja, ist wirklich so. Also Brokkoli mal vorne weg. Wir sind Team Brokkoli. Also nach dieser Folge bitte alle ganz viel Brokkoli essen. Und ansonsten kann man ja auch in deinen Büchern Inspiration finden, wie man da so vorgehen kann und was es da für leckere Rezepte gibt. Vielleicht mit den Ballaststoffen. Einfach mal Stück für Stück rein tauchen. Nicht, dass man den ganzen Tag pupsen muss. Aber das Leben darf auch einfach mal Spaß machen, auch wenn du mal pupsen musst. Ja, das ist doch auch lustig. Ich habe da mit Charme gelesen. Kennst du das Buch? Ja, klar. Ja, das finde ich auch super. Da lernt man das einfach, dass es auch mal in Ordnung sein darf. Ja, ist ja auch okay. Es ist ein ganz natürlicher Mechanismus des Körpers, der eigentlich vollkommen okay ist. Ja. Den wir aber verdrängen. Ja. Aber okay, also in manchen Situationen ist es vielleicht auch nicht so cool. Och Caro, wir haben heute so unfassbar viel gelernt, aber ich möchte jetzt gerne abschließend an dich die Frage stellen, gibt es noch irgendwas, was dir auf dem Herzen liegt, wo du sagst, das möchtest du jetzt noch mit uns teilen oder abschließend einfach noch sagen in diesem Podcast? Ich glaube, das war schon eine Menge. Und wenn ich jetzt noch mit irgendwas wieder anfange, dann überfordere ich, glaube ich, alle Zuhörer. Und das wollen wir vermeiden. Dementsprechend, ich glaube, dass ich schon sehr viel Inspiration und Aha-Moment in dieser Folge, glaube ich, geben durfte. Und mein Appell einfach nochmal an alle, bitte wirklich auch mal eine Pause nehmen, dem Körper eine Pause gönnen und mal darauf hören, was sagt der Körper dir eigentlich? Was möchte er von dir? Was braucht er vielleicht gerade? Und dann auch wirklich schauen, dass man ihm genau das auch mal gibt. Und dass das eben wirklich eine, ja, eine Koexistenz ist, dass wir zusammenarbeiten sollten und nicht immer alles als selbstverständlich sehen sollten, sondern wirklich mal zur Ruhe kommen und sagen, krass, cool, was dieser Körper eigentlich alles für mich macht, was der alles für mich wuppt. Weil auch der ganze Säure Basenhaus hat. Also eigentlich ist der Körper ja so gemacht, dass er das von alleine aus kompensieren kann. Aber eben nur in unserer heutigen Gesellschaft, das ist eben, das ist einfach too much. Also all diese äußeren Einflüsse, wie wir uns so entwickelt haben, der Stress, die Ernährung, das ist alles too much. Also da kommt der Körper nicht mehr hinterher. Und dann müssen wir einfach mal freundschaftlich mit unserem Körper zusammenarbeiten und ihm was Gutes tun. und ja, dann werden wir uns auf jeden Fall viel, viel besser fühlen, weil das ist ja auch so ein bisschen mein Claim, eat well, feel better. Und das ist es ja eben auch. Und deswegen hoffe ich, dass ich die Leute heute ein bisschen inspirieren durfte. Und ich freue mich auf jeden Fall jetzt schon sehr, wenn das mit dem Programm losgeht, wenn da das erste Feedback kommt, weil ich glaube wirklich, dass das echt, also das, das, ja, es ist der Wahnsinn. Also ich, ja, weiß einfach, ich bin mir so sicher, dass man damit so viele Menschen wirklich positiv beeinflussen kann. Und deswegen danke an dieser Stelle hier wirklich nochmal, ich kann es nicht genug betonen, danke, danke an euch, dass ich das zusammen mit euch auf die Beine stellen durfte und dass wir damit auf jeden Fall einen großen Schritt machen, um die Menschen gesünder und fitter zu machen. Ja, war es ein schönes Ziel, oder? Ja, Caro von ganzem Herzen. Ich danke dir wirklich für deine Zeit, für dein Herz, für deine Energie, einfach für deine Ausstrahlung, für deine Arbeit, die du machst. Es ist einfach, die Zeit ging ja auch viel zu schnell rum in dem Podcast, das habe ich mir schon von vornherein gedacht. Ist leider so auch eingetroffen. Nochmal an euch da draußen, www.intomind.de schrägstrich Caro, Caro, C-A-R-O. Schaut es euch unbedingt mal an. Es ist von ganzem Herzen entwickelt worden für euch da draußen und es hat einfach so viel Potenzial, ganz viel Menschenleben zu verändern. Ich hoffe es nicht. Und das verbindet uns. Und schön, dass ihr heute wieder zugehört habt, zugeschaut habt. Ja, das macht uns natürlich ganz, ganz viel Freude für euch, hier den Podcast auf die Beine zu stellen und ich bin einfach so dankbar, dass ich die Möglichkeit habe, mit so tollen Menschen wie mit Caro hier sprechen zu dürfen. Und ja, ich hoffe, ihr seid auch so beseelt, so motiviert und so ja, überwältigt mal wieder von der Kraft des eigenen Körpers und nehmt dieses Gefühl mit in die neue Woche, meine Lieben. Lasst es euch gut gehen und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Danke dir, liebe Fabienne. Danke dir, Karin. Für dieses schöne Inter. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Danke, danke. Yay!